Bei der Aktion Eine Million Sterne geht es darum, bundesweit eine Million Sterne, also eine Million Kerzen, zu entzünden und dadurch ein Zeichen zu setzen für mehr Solidarität und eine gerechtere Welt. Am vergangenen Samstag wurde die Gelegenheit, auf dem Markt eine Kerze gegen Spenden zu erwerben. Diese Kerzen wollen wir nun entzünden. Die Kerzen, die wir nach Hause genommen haben, können wir auch gerne zu Hause entzünden. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, in diesem Jahr digital eine Kerze zu entzünden. Das geht bei Facebook, bei Instagram und Co. auf unseren Kanälen. Also seid dabei bei Eine Million Sterne. Dankeschön. Ja. Ja. Ja.